Also ich kann schon sagen, dass wir jetzt ziemlich gebundene Hände haben, weil wir zuerst auslagern müssen und so wie Sie sagten, wenn der letzte Tropfen tschechisches Öl raus ist, können wir erst richtig mit dem Geschäft anfangen. Wir haben natürlich auch langfristige Pläne mit dem Gelände, aber die werden wir gerne dann an einem gemeinsamen Tisch mitnehmen. Vielen Dank.